Das ist nun das letzte Spiel für das deutsche Team. Die Deutschen müssen jetzt im Finale gegen Argentinien. Dann lasse ich den jetzt wohl gleich los orakeln. Was orakelt? Du hast orakeln selber. Deutschland gegen Argentinien. Dann lasse ich den mal laufen. Die Uhr läuft. Ich hoffe natürlich, dass die Deutschen gewinnen. Also 3 zu 1 ist mein Tipp. Dass die Deutschen 3 zu 1 gewinnen. Ich denke ja, dass Messi auch ein Tor schießen wird. Aber die Deutschen sind so gut drauf, dann denke ich, dass es dann 3 zu 1 wird. Aber 7 zu 1 ging Brasilien. Da hat ja mein orakel völlig versagt und 1 zu 0. Und noch sagt er hier 0 zu 0. Und noch hat er hier nichts getippt. Und es sind noch 60. Wo geht er jetzt drauf? Argentinien 1 zu 0. Das ist ja ein Tor für Argentinien. Kann natürlich auch vorkommen, dass die Argentinier gewinnen. Sie sind ja eigentlich eine ganz gute Mannschaft. Die Deutschen haben einmal gegen Argentinien gewonnen und einmal haben die Deutschen gegen Argentinien verloren. Woher läuft der denn jetzt noch drauf? 1 zu 1. Ausgleich 1 zu 1. Wenn das so zu Ende geht, dann wird das verlängert. Noch knapp 20 Minuten. Und drückt dann noch irgendwo drauf. Aber es passiert nichts. 1 zu 1. Das bedeutet, es käme eine Verlängerung auf. Die werde ich eigentlich selbst nicht mehr mit orakeln. Wissen Sie das jetzt? Die Sonne auch, ja. 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 Video. Jo.